Hallo meine lieben Zelda-Fans! Willkommen zurück zu... Let's play Zelda Grin of Time im dritten Danchen, Lord Yago Yago's Bauch, wo ihr lauter verfeinnt seid! Ja, und da wollten wir eigentlich auch hin. Ach, nein. Ich seh Liebe. Und tschüss. So. Ja, hier sind schon mal gleich zwei Goldenskulturas. Ich weiß auch nicht, vielleicht hat man keinen besseren Ort gefunden. Oder vielleicht war Ihnen langweilig, haben Sie sich gedacht, auch probiert. Oh, dass Sie haben eine versinkliche Kopie einer Goldenskulturas schaffen. Und, äh, ja, wussten halt nicht, wusste die jetzt platzieren sollen. Oder die ließen sich nicht verschieben. Und deshalb haben Sie die halt da hier gelassen und haben gleich die andere daneben gebaut, ne? So, ja, jedenfalls haben wir Prinzessin Ruto gefunden, die wir jetzt hier durch den ganzen Dungeon schleppen, wenn sie auf der Suche ist nach ihrem heiligen Stein, den wir so eben gefunden haben. Da ist er ja. Danach habe ich gesucht. Wirf mich auf die Plattform. Warum? Ja, wenn's meinst. So. Sie lacht wie Soria. Sie sind miteinander verwandt. Nein, natürlich nicht. Wäre ja schlimm. Prinzessin Ruto hat den heiligen Stein wieder. Aber warum Prinzessin Ruto? Diese Frage stelle ich mir auch. Gott sei Dank, endlich der Stein von meiner Mama. Als ich Lord Yabu Yabu gefüttert habe, hat er wild um sich geschlagen. Vor Schreck habe ich den Stein fallen gelassen. Und ganz plötzlich hat er mich und den Stein verschluckt. Aber jetzt habe ich ihn wieder und kann heim gehen. Bring mich jetzt schnell heim. Ja, gut. Mach mal. Yay! Was? Nein! So haben wir nicht gewettet. Ih, was ist das denn? Ein Oktopus? Oh oh. Zwischenbuszeit! Nein! Wo müssen dich hier? Was will ich mit dir hier? Ich habe nichts mit dir zu schaffen, ne? Weißt du schon. So. Dreh dich um. Dreh dich um. Yes! Yes! Sag! Das ist gut, denn wir müssen sein Hinterteil treffen. Natürlich kann man ja hier rumrennen und so wie ein verrückter. Aber nein, was machen wir nicht? Und zack! Sondern wir versetzen ihm zwei Sprungattacken in seinen Hinterteil und down uns an. Ich hoffe, wenn es gerade so was von verheirrende Stallprobleme gab. Ich habe es geschafft! Nach wie vielen Sekunden? 30? Haha! Geil! So, jetzt sind wir oben. Ähm. Und hier habe ich in meinem allerersten letzten Moment zu dem Spiel ein Epic-Fail gelandet. Ich wollte die Fee mit einer Flasche einfangen, die hier jetzt gleich kommt. Ja! Und leider kam mir die Fee zuvor. Die ist in mich reinge... Ja, die hat halt mich berührt und hat meine Energie aufgefüllt. Ja, und dann war sie weg. Da war aber meine Energie dann wieder voll. Haha! So. Ja, Prinzessin Lugutus sind wir wenigstens los. Bis zum Ende des Dungeons. Leider hat sie aber auch den Heiligen Stein, den wir wollen. Also, dürfen wir erneut nach hier suchen. So. Erstmal Platz hier schaffen. Uppim! So. Und weiter gehen wir. Indianer Link. So, die Blöcke kann man zum Stillstand bringen, in dem man sie mit dem Bumerang angreift. Danke! Wow! Das hat er damit nicht getroffen. Aber eben sind die auch nur temporär paralysiert. Aua! Na warte. Das zahle ich dir jetzt halt. So haben wir nicht gerechnet, ne? Weißt du schon. Und tschüss! Was? Die sind doch noch elektrisch geladen. Na gut. So, die sind eben nur temporär paralysiert. Also sollte man sich schon etwas beeilen. Ich will dir jetzt natürlich keine Namen nennen, aber... Link! Warum? So, zack. So wird's gemacht. Schon besser. Link, was du immer zustande bringst, ist echt beeindruckend. Die Zeit, die wir beim Zwischenboss normalerweise verschwendet hätten, holt er jetzt hiermit nach, oder wat? Ja, was soll denn das, ne? So, zack! Und weh, du schaffst den verdammten Sprung jetzt nicht! So. Ja, hab ich zum Glück noch nie gefällt, aber man kann's, indem man hier runterspringt und das hier nicht erwischt. Aber ich hab's erwischt, dann fährt das nämlich hier runter. Und, ja, wir brauchen eine Kiste. Normalerweise ist das der Prinzessin-Routes-Shop, äh, Top. Aber die normalen Nummer. Ich glaub, ne Kiste ist dann dann viel besserer Satz. Noch viel besser als Prinzessin-Routes-Selbst. H, 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 so. Und außerdem, ja... Nee, nee, ich soll jetzt nix. So, jetzt weiter, weit weiter, immer tiefer in Neuen. In den so einen Bauch. Und ihr seht schon, wisstend, kurz vor dem Bossfight. Der natürlich in diesen Part mit reingepackt wird. Für den... Wie ich dann mit den... Für den dritten dann schon gerade mal zwei Parts gebraucht habe. Epic! Nein. Doch, ich weiß es nicht. Ist es epic oder nicht? Nee, ich glaub, das bringen auch andere Letzte. Wärter. So. Ich will dir jetzt auch keine Rekordzeit aufstellen. So. Und da ist sie auch schon. Die letzte goldene Skidula in diesem Ganzen. Oh, das ist ein Bohreins, Sacken, und wir hätten's. Ja, und damit auf nimmer wie das nähen. Lord Yabu Yabu. Denn jetzt müssen wir nur noch den Boss fertig machen. Und dann müssen wir nie wieder hierher. Juhu. Denn wir haben... Wir oben neben dem Namen zieht. Alle goldenen Skidulas. Jeden Raum erkundet. Alle Schatz drum geholt. Nur noch der Boss erwartet uns. Und dann... Haben wir das! Sobald ich den Scheiter mit meinem Bommerang getroffen habe. Geschafft. Ja, und jetzt geht's zum Boss. Na, du, 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 du... Na, du, 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 du... Dann wollen wir mal... Los jetzt! Uh, 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 uh. Wie gesagt, dieser Boss ist... Der bisher schwierigste Boss im Spiel. Aber eben auch nur der bisher schwierigste. Schon mal, wie ich mich schlagen werde. Ich finde schon mal schön, dass es kein Grafikfehler gibt. kein Verheernden. Aber das kann sich erschnellen. Sieht eigentlich alles wie im Ordnung aus. Ja. Jupp! Lichtplötze-Effected! Ja. Elektroristisch-Risches Biotentakel-Barinade. Ich hoffe, ich hab's einigermaßen richtig ausgesprochen. Ja. Na, kein Doppelpunkt. So schnell wie möglich einen Controller kaufen, da das hier dann viel einfacher mit der Steuerung vorzugehen, ne? He-he! Ah, voll in die Quelle reingelaufen. Schön. Vor allem, wenn die auch noch mit so einem Spur ankommt. Stellt euch das auf. So. So. Haverdammt. Nein! Und vielleicht im Zurückflug noch ein paar Mal. Hier. Epic! Wo sind sie? Wo sind sie? Die Quallen hier, ne? Ah! Schiech! So. Und schnell! Töter! Töter, die Qualle linken. Oh! Gleich! Treffer! Ah! Töter! Nein! Was machst du? Diese blöden Sehknöpfe liegen aber auf so weit! Anfernt von der verdammten Z-Taste auf der Tastatur! ZACK! 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 Ja, ausweichen kann ich jetzt hier nicht tun. Ganz. Da brauchen wir ja jetzt schnell! Schau mal so! Wow! Oh, du schießt man schon schnell! Das muss man dir schon mal lassen! Ding, warum bewegst du dich eigentlich in eine Richtung? Ruhig gar nicht in Steuer! Komm ruhig her! Du! Nee! Wow, du hattest aber schon verdammt wenig Treffer aus, ne? So! Komm schon! Das ist deine Aus, mein Freund! ZACK! TOT! TOT! D Mhh! Lecker Schmecker! Grüner Wackelputin! Grüner Kotze! Pfff! So. Habs Container! Yay! Und schau mal, wer da steht, Link. Wer da schon so sehnsüchtig auf dich wartet. Du, du bist spät dran. Warum hat das so lange gedauert? Du bist eine ziemlich lange Ende. Na gut, ich habe mich ein bisschen einzeln gefühlt. Das ist alles. Aber nur ein bisschen. Ja, ja. Kannst mal erzählen, was du willst. So. Aber hey, wir haben's geschafft! Ja, wir haben alle drei heiligen Steine. Ja, noch nicht ganz. Ruto muss ich noch ausrücken. Aber die ersten drei Dungeons hatten wir schon mal abgeschlossen. Und bald beginnt der... Ach, ist auch nix. Wollte eigentlich sagen, der schönste Teil vom Spiel. Na, äh, der schönere, aber... Ihr werdet's schon noch sehen. Jetzt erst mal. Ja, mit dem heiligen Stein. Hey, du! Du bist cool! Ein bisschen mehr als andere. Aber nur ein bisschen. Naja, egal. Du hast mich gerettet. Ich denke, ich kann dir eine Belohnung dafür geben. Hm, was möchtest du? Sag's mir. Ich möchte den heiligen Stein eigentlich nichts. Hm, ja, nee. Schon. Irgendwie, halt. Du sprichst vom heiligen Stein des Wassers, dem Zorra, Saphir? Ich habe ihn von meiner Mama bekommen und darf ihn nur dem geben, der mich heiratet. Es ist so eine Art Verlobungsring der Zorras. Okay. Ich gebe dir meinen wertvollsten Schatz, den Zorra, Saphir. Okay. Wir haben's geschafft. Endgültig. Wir haben alle drei. Und jetzt beginnt die Skulltular-Jagd. Und nein, ich habe nicht die auf dem Gebirgspfad vergessen. Die hole ich mir jetzt auf noch. Aber jetzt holen wir uns erstmal die restlichen auf dem Zorra-Floss. Bzw. das im Zorra-Gebiet. Ja. Der Zorra-Saphir. Von dem Zorras wurde dir dieser heilige Stein des Wassers übergeben. Prinzessin Rutu hat dir ihren wertvollsten Schatz gegeben. Nun besitzt du die drei heiligen Steine. Jetzt schnell zu Prinzessin Zelda. So sieht's aus. Sag's bloß nicht meinen Daddy. Ja, ja. So. Ich schwimme hier desorientiert in der Gegend rum. Nein. Wir brauchen jetzt erstmal nichts anderes als die Nacht. So. Da kann uns ja unsere liebe Ocarina weiterhelfen. Ich kenne noch was Lied. Ja, ich... Hä? So, jetzt. Hat er gerade wieder nicht registriert hier, ne? Geht nicht so ganz. Warum starte ich wieder hier? Achso, was? Der Tag ist, seit sich hier nicht ändert. Ist schon klar. So, den Baumstamm hat man gerade nicht gesehen, macht auch nichts. Yes, see. Unsere, was weiß ich, wie viel die Gondesgültel und nicht drunter von Lenk. Ist gerade nicht so angebracht. Und wir haben es. So, jetzt schaue ich aber schon mal nach, wie viele wir haben. 28. Okay, wir bekommen auf jeden Fall noch vor dem... Bevor wir zur Zelle gehen, wir knacken auf jeden Fall die 30. Ich weiß nicht, vielleicht kommen wir sogar noch auf 35. Könnte eventuell sein. Das weiß ich es nicht. Auf jeden Fall gehen wir als nächstes zum Hyliosee. Und die Aufnahme, die geht auch schon wieder dem Ende zum... Also, ja, ihr wisst schon. Aua. Link, link, link. Was machst du bloß für Sachen? So, ja, zum Hyliosee gehe ich jetzt jedenfalls so schnell. Dazu, hier runter. So, und hier. Ja, da unten. Da geht's lang. Tauchen, tauchen. Hey! Was war das? Tauchen, tauchen. Trotz doch nicht dauernd da an. Link. In, schmei, ja. So, jetzt ist gleich. Jetzt ist gleich. So, schön für die Rubine, aber die will ich ja nicht mal. Jetzt überlege ich aber gerade. Wo waren die eigentlich? Die ganzen Dinger. Wo waren die ganz ganz gut für das hier? Also, die vom Erbsenloch haben wir. Hm. Da fällt eigentlich gerade, mir fällt gerade eigentlich keine mehr großartig ein. Außer die hier. In der ich hierher gekommen bin. Nein, das ist der Tag. Die ist nur nach vier. Das ist ein Ball, das ist ein Ball. Ja, ich habe das erwischt. Geil. Ja, Leute. Wir sehen uns nächstes Mal bei der Lon Lon Farm. Ich gehe da jetzt schnell hin. Also, bis zum nächsten Mal, Leute. Und ciao. Mit einem Blick auf die Morgenssonne. Bis zum nächsten Mal. Komm. Tschüss. Tschüss.